Hey Leute, Narutorend hier und heute mit einem neuen Video. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ist gestern oder vorgestern der Extinction Trailer rausgekommen. Das ist, wer nicht weiß was Extinction ist, ist der Alien-Modi von Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts kommt ja in ein paar Tagen raus und da ist ein Trailer rausgekommen zum Alien-Modi. Ich erzähle gleich, was man im Trailer sehen hat können und ein bisschen mehr Details, was man im Trailer vielleicht übersehen hat können. Und wer im Trailer noch nicht gesehen hat, Link in der Beschreibung zum Trailer. Außer ich vergesse ihn, dann ist er nicht in der Beschreibung. Aber wahrscheinlich schaut es einfach jetzt an. Also es ist nicht so ein normaler Mode, einfach überleben wie in Zombie-Modus von Black Ops 2 oder Black Ops 1, sondern man muss objektiv überleben, das heißt überleben und auf N-Objekte abschließen. Also wie jetzt zum Beispiel die Hives gibt es und die muss man zerstören. Also man muss hingehen, weil es hinkommen zu den Hives, wahrscheinlich einen Weg und sich wollen die Aliens aufhalten und sowas. Zu den Hives kommen, dann so eine Bombe reinstecken, so eine Art Bohrer. Und den dürfen die Aliens nicht zerstören, bis du es in die Luft gesprengt hast. Wenn es in die Luft gesprengt ist, der Hive, dann muss er draus kommen, ohne dass sich die Aliens killen. Man weiß nicht, was passiert, wenn man killt wird. Und da muss man rauskommen in so eine Safe Zone oder sowas, dass sich ein Helikopter oder sowas abholen kann. Das Ganze, es gibt vier verschiedene Aliens, vier bis fünf, ich glaube es waren sogar fünf, war ein Bams gleich. Es gibt so ganz kleine, die sind ziemlich schnell wahrscheinlich, weil die Kleinen sind immer schnell, haben wenig Leben, wie immer. Da gibt es große so Art Tanks, so einen mittleren und einen Skorpion, der kann schießen, so schleimartiges Ding, was bicken bleibt dann am Boden. Ja, es bleibt am Picken und man, wahrscheinlich wenn man durchrennt, wird man irgendwie verschwommen und langsamer und sowas. Weiß nicht, wie das ist. Man kann das Ganze am leichtesten screenen durch Teamwork. Und es gibt natürlich Scorestreaks, das mit den Scorestreaks finde ich so geil, weil Scorestreaks sind schon cool. Man hat gesehen im Trailer eine Sentry Gun, so eine Art Hellstorm und so eine fliegende Drohne wie die Dragonfire in Black Ops 2. Ja, das war es euch schon von den Informationen, Link in der Beschreibung wie immer. Wie immer, nein, wie jetzt gerade und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.